Jo Leute, heute gibt es zum Mittag Fisch & Cheeps. Und so haben wir hier einmal gekommen. Und zwei so Fisch Knuschpulli. Hier machen wir ein bisschen die Teile. Eine gute Portion ist zig. Jetzt machen wir gerade alles. So und dann noch Fisch. Das machen wir auch noch hier hin. Wenn der Backofen mit normaler Hitze auf 240 Grad aufgeheizt wird, ist das für 15 Minuten im Backofen. So und jetzt können wir das alles auf den Teile tun. So und jetzt noch ein bisschen Ketchup. So und jetzt wünsche ich mir einen guten und vergisst nicht Like und Abonnieren bis dann. So und weil es auch mach erreglt nicht zu sein kann Vielen Dank.